so hallo und guten abend freunde der nacht heute ist die auslosung wie angekündigt heute am 17 7 19 uhr wie geschrieben ja dann wollen wir doch gleich mal zur tat schreiben also vorher noch mal kurz ich muss hier nochmals umstellen display windows ja da ist es dann gucken wir noch mal hin wer alles so geschrieben hat ismail ich würde das spiel gerne haben weil ich nicht genug geld habe um es mir zu verdienen oder zu kaufen quatsch zu verdienen zu kaufen ist natürlich ein absolut guter grund kann ich gut verstehen sami lp gif gif please please wahrscheinlich let us play together nice game best youtube videos janik nachdrücklich und alles gute zum geburtstag danke janik und er wird das spiel gern gewinnen weil er es neulich auf den charts gesehen hat und es absolut spannend findet atev oder ativ weiß nicht wie man das jetzt ausspricht ich würde gern das spiel haben weil ich das immer schon haben wollte weil ich nicht genug geld habe auch ein sehr guter grund wie wie ismail ja es ist auch noch recht teuer wie ich es schon erwähnt hatte luca hat noch geschrieben alles gute zum geburtstag danke dir ich möchte das spiel weil das spiel wie call of duty und weil du das spielst und weil das spiel cool aussieht ja und es macht auch riesen spaß eigentlich uwe hallo senseless ich würde das gern spielen wollen weil mir dein hand showdown schon spaß gemacht hat ach ja uwe war ja der gewinner von der letzten verlosung und xrxr ich würde gern auf pc umsteigen von meiner playstation habe dort 1200 stunden schon gespielt gruß enter xt ok dann wollen wir mal sehen ich habe hier was vorbereitet so viele kommentare waren es nicht aber auf jeden fall und da habe ich mich sehr gefreut wesentlich mehr als beim letzten mal ja wie ihr seht habe ich die namen ja allein getragen und los das jetzt mal aus und und 1 2 3 oh xrxr also ja enter ich kann mich erinnern du hast als erster hier gerufen warst auch der erste der einen kommentar da gelassen hat offensichtlich hat es sich gelohnt ich gratuliere dir tut mir leid für alle anderen hi wolverin grüß dich ich hätte es gern jedem von euch gegönnt aber leider diesmal bloß eine version weil es ja doch noch recht teuer ist so gut dann war es das erstmal mit der verlosung enter juhu ja freue mich über dich ja schön so und ja werde ich jetzt weiter zocken wieder umstecken hier dann kann ich den browser schließen ja ender du müsstest mir dann noch mal irgendwie deine e-mailadresse oder kontaktdaten damit ich dir dann den camp key schicken kann wäre really nice sonst bleib auf dem spiel sitzen hab's dir schon geschickt ender muss mal deine e-mail checken cool naja nicht cool weil ich hab keinen kill gemacht aber so ein scheiß dachte ich mir schon dass das unbedingt zocken willst deswegen habe ich es gleich noch gekauft und dir auch schon geschickt soviel ich gesehen habe ist auch der dlc key dabei das finde ich auch super hätte ich jetzt nicht gedacht muss mal gucken würde mich mal interessieren was das alles beinhaltet dann ob das der jahrespass ist so 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 so